Okay, also wir kochen heute Spaghetti Carbonara. Für die Soße Zutaten abmessen und verrühren. Das ist ja auch schön, dass er sagt, häufig umrühren, gell? Auf jeden Fall sieht das schon mal sehr lecker aus, muss ich schon mal sagen. Nicht angebrannt, sondern schön knusprig braun. Das ist so irritierend, da steht jetzt, Nudeln heiß werden lassen, da muss man gucken. Aber das regelt das ja automatisch. Da habe ich jetzt, wenn man das nicht kennt, da denkt man, oh, was muss ich jetzt gucken? Aber dann auf einmal kommt dann die Anzeige von der Zeit. Auch nicht schlecht, ja. Dann schauen wir mal, HestonQ, ob das mir mundet. Das stimmt, das sieht auf jeden Fall lecker aus. Bombe, hm? Jetzt kriegt keiner was ab.